Innerhalb weniger Minuten konnten wir am 7. September 2021, an dem Tag, an dem in El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt werden sollte, einen enormen Crash bei Bitcoin sehen. Bitcoin ist um 7.000 Dollar auf 43.000 Dollar pro Bitcoin gefallen und Bitcoin im Wert von 2,6 Milliarden Dollar wurden liquidiert. Warum das passiert ist, was dafür ursächlich ist und wer dahinter steckt, darüber sprechen wir in diesem Video. Und bevor wir starten, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es um Wirtschaft, Finanzen und Krypto und wie du mit Kryptowährungen reich werden und Geld verdienen kannst. Ich freue mich, wenn du um den Kanal zu unterstützen dem Video einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst und auf die Glocke klickst, sodass du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. Das Video stellt keine Finanzberatung dar und dient der Unterhaltung. Folge mir auch auf Telegram, den Link dazu findest du in der Beschreibung unterhalb des Videos. Krypto-Investoren waren von den Ereignissen am 7. September 2021 verblüfft. Der Kryptowährungsmarkt verlor innerhalb weniger Stunden fast 450 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Fakt ist, der Rücksetzer bei Bitcoin war nicht normal und sieht eher wie ein Versuch aus, den Bitcoin-Preis zu drücken, unten zu halten und die Leute durch Angst zum Verkauf zu bewegen, um einen noch größeren Markt-Crash hervorzurufen. Das Ganze sah zunächst wie ein Flash-Crash aus. Das bezeichnet man im Börsenwesen als starken Kursrutsch der Börsenkurse an den Finanzmärkten, der nur einige Minuten andauert. Und auf dem plötzlichen Einbruch folgt jeweils eine ähnlich schnelle Erholung, die wir bisher nicht bei Bitcoin sehen konnten. Zumindest ist dieser Rücksetzer nicht normal, denn wenn es zu einem normalen Ausverkauf gekommen wäre, würden wir eine ganz andere Kursbewegung sehen. Oder glaubst du, dass sich tausende Menschen jetzt plötzlich abgesprochen hatten und zur gleichen Zeit ihre Bitcoins verkauft hatten? Normalerweise würden diesem Rücksetzer negative Nachrichten vorausgehen, die Menschen bekommen Angst, es kommen mehr negative Nachrichten und dann verkaufen sie ihre Bitcoin. Es würde mehr Verkäufer als Käufer geben und der Preis würde über die Zeit hinweg weiter und weiter fallen. Doch jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Dieser Ausverkauf diente vermutlich nur einer Sache, Angst zu verbreiten. Doch um zu verstehen, was genau passiert ist, schauen wir uns mehrere Dinge an, die vor dem 7. September 2021 geschehen sind. Wir wissen, dass El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen wollte bzw. eingeführt hat. Wir wissen, dass es zuvor an El Salvador Proteste gegenüber Bitcoin gegeben hat, dass die Menschen sich vermutlich nicht sicher waren, ob die Entscheidung des Präsidenten Najib Bukele, Bitcoin einzuführen, die richtige war. Wir wissen auch, dass der Internationale Währungsfonds und die Weltbank gegen die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel waren. Und Präsident Najib Bukele hat sich aufgrund des Crashs beim Internationalen Währungsfonds bedankt, da die seiner Meinung nach hinter dem Crash stecken. Und El Salvador konnte durch diesen Rücksetzer weitere 150 Bitcoin kaufen und verfügt nun über 550 Bitcoin. Und über den Internationalen Währungsfonds, was sie gemacht haben, darüber sprechen wir gleich noch. Bleib also dran. Was wir vor dem Crash auch sehen konnten, ist ein wochenlanger konstanter Anstieg des Bitcoinpreises. Und wir konnten sehen, dass die Hebelung im Kryptomarkt und insbesondere bei Bitcoin sehr hoch war. Die Menschen waren gierig, wollten mehr Geld verdienen, schnell reich werden und dann kam es zum Absturz von Bitcoin. Und das Ganze hat dann zu einer großen Liquidierung der Wetten geführt und dadurch ist der Bitcoinpreis immer weiter und weiter gefallen. Die größte Einzelliquidierung hatte ein Volumen in Höhe von 43 Millionen Dollar. Und als der Bitcoinpreis unter 43.000 Dollar gefallen ist, wurden 3,5 Milliarden US-Dollar liquidiert. Wodurch der Marktwert von 2,3 Billionen US-Dollar auf 2,1 Billionen US-Dollar gefallen ist. Insgesamt kam es bei über 369.000 Händlern dazu, dass ihre Wetten liquidiert wurden. Und in einem der letzten Videos hatte ich über eine Warnung von Raoul Pell gesprochen, der gesagt hat, dass er keine Hebelungen auf Bitcoin und andere Kryptowährungen empfiehlt, beziehungsweise eingehen würde, da das viel zu riskant ist. Und jetzt haben über 369.000 Menschen Geld verloren. Und obwohl das geschehen ist, bedeutet das nicht, dass sich die Fundamentaldaten von Bitcoin oder die Adoption von Bitcoin geändert haben. Daher war dieser kleine Crash, dieser Rücksetzer für viele, eine gute Gelegenheit, dass sie mehr Bitcoins, beziehungsweise Satoshis und auch mehr Altcoins kaufen konnten. Was wir zu dieser Zeit auch sehen konnten ist, dass viele über Coinbase, Binance und andere Handelsplattformen keine Kryptowährungen kaufen konnten, beziehungsweise sich nicht einloggen konnten. Anscheinend war der Ansturm zum Kauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen so groß, dass das für viele nicht möglich war. Das heißt aber auch, dass die Gebühren bei Coinbase gestiegen sind, El Salvador hat, wie du weißt, ebenfalls Bitcoin gekauft und viele haben die Gelegenheit des Rücksetzes genutzt, um nachzukaufen. Eine Sache ist trotzdem immer wieder verblüffend. Die zentralisierten Handelsplattformen wie Coinbase oder Binance waren schon während des Anstiegs von Bitcoin auf 64.000 Dollar pro Bitcoin teilweise nicht erreichbar. Sie waren überfordert vom Ansturm der Menschen, die sich auf diesen Plattformen angemeldet hatten. Dann waren sie während des Bitcoin-Crashs Anfang 2021 überfordert. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht möglich, Bitcoins zu kaufen oder zu verkaufen und jetzt auch wieder nicht. Was ich mich der Frage ist, diese Plattformen gibt es nicht bereits erst eine Woche, sondern seit Jahren. Ist es da nicht komisch, dass sie bis jetzt nicht die entsprechenden Ressourcen bereitstellen konnten, die solche Probleme verhindern würden? Daher sind dezentralisierte Handelsplattformen so wichtig, dass die Marktmacht von den zentralisierten Plattformen weggenommen wird. Was auch spannend ist, noch vor ein paar Jahren, um genau zu sein 2017, wurde vom damaligen Internationalen Währungsfonds-Vorsitzenden Christine Lagarde das Ende des Bankenwesens und der Triumph der Kryptowährungen prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Bitcoin-Preis bei knapp 4.000 Dollar pro Bitcoin befunden. Und in einem bemerkenswert offenen Vortrag zu dieser Zeit auf einer Konferenz der Bank von England hat der Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds spekuliert, dass Bitcoin und Kryptowährungen eine ebenso große Zukunft haben werden wie das Internet selbst. Sie hat 2017 also zugegeben, dass Kryptowährungen eine ähnliche Entwicklung, vermutlich sogar eine viel, viel stärkere Entwicklung haben werden als das Internet. Das hatte ich auch in einem anderen Video bereits beschrieben, dass die Adoption von Kryptowährungen viel stärker die Gesellschaft beeinflussen wird, die Welt beeinflussen wird als das Internet. Sie hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, dass Kryptowährungen bzw. Bitcoin die Zentralbanken und das konventionelle Bankwesen verdrängen könnten und das könne dazu führen, dass das Monopol nationaler Währungen infrage gestellt wird. Und im Grunde genommen können wir das gerade sehen. Lagarde sagte weiterhin, dass nicht vor allzu langer Zeit einige Experten argumentierten, dass PCs niemals eingeführt werden würden, dass Tablets nur als teure Untersetzer für Kaffeetassen dienen würden. Daher sagte sie, dass es nicht ratsam ist, virtuelle Währungen, also Kryptowährungen abzulehnen. Und das hatte sie zu einer Zeit gesagt, wo der Bitcoinpreis niedrig war, wo der Bitcoinpreis keine Bedrohung für das Finanzsystem dargestellt hat. Die Frage ist, würden Zentralbanken, die Geld aus dem Nichts erschaffen können oder auch der internationale Währungsfonds, der ebenfalls durch seine Special Drawing Rights Geld drucken kann, es zulassen, dass eine Kryptowährung ihr Machtmonopol gefährdet? Gegen Ende 2017 war der Bitcoinpreis dann zum ersten Mal so hoch, dass Bitcoin mehr wert war, als das Geld, was vom internationalen Währungsfonds herausgegeben wurde. Das heißt, Ende September 2017 hat der damalige Vorsitzende des internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, gesagt, dass Bitcoin keine Bedrohung für das Fiat-System oder die Zentralbanken darstellt. Und kurze Zeit später hat die Marktkapitalisierung von Bitcoin die des internationalen Währungsfonds übertroffen. Und seitdem sind laut des internationalen Währungsfonds Bitcoin und Kryptowährungen generell eine Bedrohung für das Fiat-System, für die Stabilität der Weltwirtschaft. Und sie bringen auf das Beispiel, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche genutzt werden. Und insbesondere dieser Punkt ist lächerlich, denn mit Fiat-Währungen wird 400 Mal mehr Geld gewaschen, als mit Kryptowährungen. Glaubst du wirklich, dass der internationale Währungsfonds das nicht weiß? Warum wird dann immer das Narrativ bedienen, dass Kryptowährungen für illegale Aktivitäten genutzt werden? Und zugleich wird im Hintergrund die Menge des Geldes, das der internationale Währungsfonds drucken kann, erhöht. Warum? Sie sehen Bitcoin als Bedrohung und wollen nun mehr Geld an andere Länder verleihen. Das wird unter anderem auch der Grund sein, weshalb der Präsident von El Salvador diesen Tweet veröffentlicht hat. Was spannend ist, am 6. September, also einen Tag bevor Bitcoin offizielles Zahlungsmittel in El Salvador wurde und es zum Crash kam, wurde in Panama bekannt gegeben, dass sie eine Veränderung des rechtlichen Status von Bitcoin und Ethereum anstreben wollen. Sie wollen Bitcoin und Ethereum regulieren und laut eigenen Angaben will Panama nun kompatibel mit der Blockchain, Kryptoassets und dem Internet werden. Sie wollen Bitcoin als Zahlungsmittel zwischen zwei Parteien einführen, also daraus ein gesetzliches Zahlungsmittel machen. Und sowohl die Regierungs- als auch Oppositionsparteien sind bereit, sich mit dem Gesetzesentwurf zu befassen. Und ein weiterer Punkt, der den Ausverkauf ebenfalls begünstigt haben könnte, ist, dass einen Tag vor dem Crash, vor dem Rücksetzer von Bitcoin, also am 6. September 2021, von JP Morgan ein Memo an die Anleger veröffentlicht wurde, wo sie vor einer kommenden Korrektur gewarnt hatten. Sie haben ebenfalls davor gewarnt, während dieses Bullenmarktes Altcoins zu kaufen. Sie behaupteten, dass Einzelhändler die Preise während grundlegender Fortschritte in der Technologie, also NFTs, Non-Fungible Tokens, skalierbare Blockchains und so weiter, in die Höhe trieben. Diese Notiz erzeugte eine negative Stimmung in der Kryptosphäre und führte zu einem starken Ausverkauf. Das heißt, letztlich gibt es mehrere Ursachen, die für den drastischen Rücksetzer verantwortlich sein könnten. Wir haben den Internationalen Währungsfonds, der 2017 Bitcoin noch nicht als Bedrohung wahrgenommen hat. Und seitdem die Marktkapitalisierung von Bitcoin, die des Internationalen Währungsfonds übertroffen hat, ist Bitcoin nun die größte Gefahr für das gesamte Fiat-Geldsystem. Vermutlich will der Internationale Währungsfonds ebenfalls verhindern, dass mehr und mehr Länder Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, da das dann ihre Legitimität infrage stellen würde. Dann konnten wir zusätzlich noch sehen, dass es durch den Crash zu Liquidationen von über 369.000 Tradern gekommen ist. Und wenn der Bitcoin-Preis noch weiterfällt, kommen noch viel, viel mehr dazu. Und wir konnten zusätzlich noch eine Ankündigung von JP Morgan an die Kunden von JP Morgan sehen, wo sie vor einer Korrektur bei den Kryptowährungen gewarnt wurden. Das heißt, wir konnten in einem kurzen Zeitraum viele verschiedene Dinge sehen, die dazu geführt haben, dass der Bitcoin-Preis gefallen ist. Die Frage ist hier natürlich, ob das alles zufällig geschehen ist oder ob das nicht der Fall war und es beabsichtigt war, dass zu diesem Zeitpunkt all diese Dinge geschehen. Trotzdem ist eines auch Fakt, obwohl diese Dinge geschehen sind, bedeutet das nicht, dass sich die Fundamentaldaten von Bitcoin und der Bitcoin-Adoption geändert haben. Das Gegenteil ist der Fall. Daher können wir das jetzt auch als Möglichkeit zum Nachkaufen von Kryptowährungen sehen. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass sich der Bitcoin-Preis wieder erholen wird und wir bald schon die 100.000 Dollar pro Bitcoin sehen werden? Oder war das jetzt erst der Anfang des Rücksetzers des Bitcoin-Preises? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Gib dem Video, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch. Teile das Video, abonniere den Kanal und klick auf das Glockensymbol, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video auf dem Kanal erscheint. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.